Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Marc Fleischer und ich arbeite als Produkt-Marketing-Spezialist für die Firma ABB. Ich darf Sie ganz herzlich zu dem Tutorial über die Durchführung eines Firmware-Updates mit Hilfe der ABB KNX Bus Update App begrüßen. Bevor wir die App nutzen können, müssen wir sie vorab im KNX Online Shop bestellen und anschließend in die ETS importieren. Das würde ich gerne einmal vorab zeigen. Danach gehen wir in die ETS und gucken uns ein Anwendungsbeispiel für so ein Firmware-Update einfach mal an. Das heißt, wenn wir mal mit der Bestellung der ETS starten, der erste Step ist, Sie melden sich bitte in Ihrem Online Shop-Konto an, gehen auf den Reiter Shop, gehen dann dort auf die Apps, suchen sich dort die App KNX Bus Update von ABB Stotz Kontakt GmbH raus, um diese dann für 0 Euro zu kaufen. Wenn Sie auf kaufen gedrückt haben, rutscht diese App in den Warenkorb. Sie gehen in den Warenkorb, bezahlen diese 0 Euro. Sie müssen leider den ganzen Bezahlvorgang durchlaufen. Nachdem Sie das bezahlt haben, wird die App automatisch in Ihrem Konto unter der Produktliste zu finden sein. In dieser Produktliste müssen Sie dann den Produktschlüssel aus Ihrer ETS kopieren. Das finden Sie unten in der Leiste in der ETS. Die Dongle-Lizenz sozusagen dort oben reinkopieren, auf den Reiter Schlüssel hinzufügen drücken. Dann wird dort eine Schlüsselnummer stehen und genauso natürlich auf der rechten Seite der Button herunterladen für die App. Beides bitte herunterladen, sowohl den Schlüssel als auch die App. Dementsprechend App und Schlüssel im Anschluss in die ETS importieren und dann steht Ihnen diese Funktion sozusagen zur Verfügung. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der ETS an. Die ETS-App ist nun in der ETS angemeldet. Das heißt, Sie haben sie dort importiert und finden Sie jetzt hier unter dem Reiter Apps. Sie können sich die auch hier oben in die Taskleiste zum Beispiel reinziehen und dort anlegen, je nachdem wie Sie das Ganze machen wollen. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl an Geräten auf der linken Seite angelegt. Und jetzt starten wir einfach mal diese App, ABB KNX Bus Update. Und Sie sehen, wenn Sie online sind, das Erste, was passiert, ist dann die Mitteilung, dass es ein Firmware-Update gibt, die man importieren kann. Das sollte man natürlich dementsprechend auch machen. Dieses Firmware-Update kann man entweder damit automatisieren oder Sie finden die Firmware-Updates auch auf unserer Homepage zum Download zu dem jeweiligen Produkt, so es denn ein Firmware-Update gibt. Hier kann man nun über diese Geräteliste sozusagen die Geräte auswählen, für die man einen Firmware-Update vermutet oder wo man weiß, dass es einen Firmware-Update gibt. Die ETS wird dann dementsprechend über die aktuelle Schnittstelle versuchen, die Geräte auszulesen. Ich hatte als letztes eine USB-Schnittstelle angemeldet, die ist im Moment nicht mehr angeschlossen. Deswegen wechsle ich hier erstmal auf den Reiter, nehme einfach einen IP-Router mal her und sage jetzt nochmal hier dementsprechend neu laden. Und Sie sehen, jetzt wird das Gateway beispielsweise, das DGS 164.1.1, ausgelesen auf die Firmware. Hier findet man immer die aktuelle Firmware-Version, die wird immer auch gleich als erstes angezeigt. Und sollte es jetzt ein Firmware-Update geben, dann würde hier angezeigt werden, updatefähig. Dann setzt man hier den Haken und sagt, Firmware aktualisieren. Das ist im Prinzip alles, was Sie machen müssen. Und so kann man eben hier auf der Seite durchgehen zu allen Aktoren, die irgendwie verbaut sind im Projekt. Kann man gucken, gibt es in irgendeiner Form ein Firmware-Update dafür. Wenn das Gerät nicht verbaut ist, dann zeigt Ihnen das die Anlage auch an. Also Sie müssten schon ein Minimum mal die physikalische Adresse auf das Gerät spielen, um dann hier dementsprechend auch das Gerät auslesen zu können und um dann zu wissen, ob es dafür eine neue Firmware gibt oder nicht.